Dazu kommt, dass sie noch recht jung war. Wie alt war sie noch gleich? 25 oder 26? Ich glaube 25, weiß ich so genau. Siehst du, in diesem Alter wollen sich die meisten Püppchen noch ein paar Jährchen ausleben. Das ist dann oft der Balanceakt zwischen dem Bedürfnis nach einer festen Beziehung und Hoch die Tassen. Wenn du auf was Längerfristiges spekulierst, dann such dir doch eine, bei der die Gebärmutter langsam zu betteln beginnt. Marco lachte. Seine Lieder hatten sich in Falten gelegt und er entblößte seine riesigen strahlenden Zähne. Du musst auch immer so ein direkter Bastard sein, das mag ich an dir.